Hier ist die Tressel, die wieder was Merkwürdiges erlebt hat. Am 31.7. war ich mit Smarty unterwegs und schaute in den Himmel und See. Und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Also das konnte doch nicht der Mond sein. Zumal wir ja uns in der Neumondphase befinden, also zumindest zu dem Zeitpunkt am 31.7. und habe das dann gefilmt, ihr seht. Und merkwürdig war auch die Sonne, die ja dann mal irgendwann zu Vorschein kam, ein paar Minuten später. Das seht ihr gleich anhand einer Aufnahme jetzt zum Beispiel. Es reflektiert ja. Und rechts vom Bild unten etwas unter der Sonne schiebt sich da der Mond. Dummerweise wird er gerade bedeckt von einer schwarzen Wolke, sodass er dann gleich ganz verschwindet. Und ein bisschen später, als ich den Smarty nach Hause gebracht habe, um 18.07 Uhr, hatte er seine normale Bahn gehabt Richtung Osten. Das ist ja normal. Nur merkwürdig ist das Ganze schon. Und ich mache mir schon meine Gedanken. War schon faszinierend. Ich wünsche euch noch was. Bis dann. Tschüss. Sch moll. Jungen. Zsieferuirlik. Jungen. diputieren. Zsieferuirlik. Beleidng.